ein 124er bs spider fiat 1970 war original mal orange hat einer in amerika in grün umlackiert vieles ist noch original wie die stoßstangen das verdeck armaturenbrett und so weiter hier schaut es recht gut aus läuft auch sehr schön hauptbremszylinder haben wir noch einen neuen rein gemacht für amerikanische verhältnisse eine überdurchschnittlich gute lackierung war weitgehend zerlegt sitze sind was sie sind das armaturenbrett ist natürlich riesig unter der abdeckung reifen haben ja auch erneuert schöne wolfrace felgen heckgepäckträger ungeschweißt tolles kleines cabrio